Hey Leute, was geht ab heute zu einem neuen Video von mir mit... ...mit FIFA? Ja... Ich geh jetzt mal Pläne... ...spieler... ...ok... Du warst nochmal... ...so... Ja... Hier seht ihr schon... Objekt abgerufen... Dein Objekt wurde ins Inventar verschoben... Ich lasse die hier noch öffnen... Ich hab mir Hazard jetzt besorgt... Ich hab sie ja... ...es verraten... ...bei... ...der... ...Bayern-Karriere... Ja... ...und heute hat sich auch mal was geändert... ...in meinem Team... ...das hat sich geändert... ...in der Abwehr... ...Juan, Fran... ...ähm... ...und... ...Rodriges... ...sind jetzt neu... ...ist hier noch jemand neu? Ja, ist er auch... ...ja, dann spielen wir mal... ...die Saison gegen... ...Ingolstadt... ...heute mach ich nur... ...ein... ...Video... ...also ein... ...eine Partie... ...ja... ...starten wir erstmal... ...die Partie... ...Haza verliert direkt... ...mal erstmal... ...den Ball... ...was ist das für ein Trikot? Ach, das ist dieses... ...Regenbogentrikot... ...und so... ...Ach ja... ...1 zu 0... ...Groß... ...ich hab gar nicht reagiert... ...dass die... ...den Freistoß jetzt reinmachen... ...ich hab gar nicht reagiert... ...dass die Linie 2 machen... ...ja... ...1-1... ...gut gemacht... ...tans... ...napplung... ...napplung... ...ottes... ...da... ...bogler! ads Instead... ...êu... Heute ist der 1. April, Leute. Ihr könnt Scherze machen wie noch nie. April, April. 2, 1. Hazzar. Das Trikot sieht so cool aus. Ich gehe da nicht hin. Aber ich bin da hingegangen. Los. Rudritsch. Rudritsch. Der verliert den Ball. Thorganhazard. Äh, Ehenhazard. Das hatte ich schon bei meiner Deutschlandkarriere immer gesagt. Thorganhazard, Ehenhazard. Ich glaube, die Gladbacher Fans sind traurig. Nein, natürlich nicht. Ja, na toll, na toll, na toll. Okay. Gut reagiert. Denn ich spiele auch jetzt gerade was ist denn anders. Tut mir leid, wenn das so lange dauert, aber... Was war das denn? Also, bei der Halbzeit mache ich gleich Pause. Halbzeit und jetzt... Nee, wir machen keine Pause. Wir beenden mal lieber diese Partie. Wenn nicht... 2, 1. Gelbe Karte. Ja, aber da war nicht drin. Jetzt können wir in Ruhe erstmal gut spielen. Modric. Hazard. Alexis Sanchez. Aber der ist ja nicht so schnell. Gut von Juanfran. Modric mit dem Roulette. Aber... Ich wollte jetzt den Ball... Leute, das war ein Fallrückzieher, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. von Modric. Komm, kriegt er nochmal die geilste Grätsche in der Welt und kriegt dafür gelb, gelb, rot. Also zweimal gelb und einmal rot. Gelb. Das heißt, gelb, rot. Modric. Gut. Gut. Luka Modric. Nein, zu hoch. 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 Ja, man tut das Abloh. Haza, was hat der denn gemacht? Immer noch 2-1 Racketitsch mit dem Eckball auf Kolo-Jeser. Timothy Kolo-Jeser. Und es gibt keine rote Karte für ihn. Juanfran. Ok, das Spiel ist beendet. Tschö Leute. Das war's mit diesem Video und tschö.